Hallo, mein Name ist Wolfgang Führenwein. Ich habe ein Spielwarengeschäft in der Servietengasse im 9. Bezirk, das heißt Mädchen und Buben. Wir haben pädagogisch wertvolle Spielwaren, zum Beispiel von der Firma Deco, Petichur Paris oder von Furnis die organischen Wachlappen. Auch Fairtrade-Artikel sind bei uns drin. Wir sehen uns als regionalen Nahversorger und wollen groß und klein eine Freude machen. Wir sind im schönen Serviettenviertel zu Hause im 9. Bezirk, unweit der U4-Station Rossauer-Lände. Leider haben wir im Moment zu, aber wir sind auch online erreichbar und auf Furnis.com. Ich freue mich über jede Bestellung und wir schicken euch das Paket zu. Wir sehen uns als Nahversorger, der zwar jetzt geschlossene Türen hat, aber trotzdem für seine Kunden immer da ist. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch.